Wow, da bin ich aber kräftig geladen gerade. Kommt. Wer sich mir den Weg stellt, kriegt er eine richtig dicke Mini in die Fresse. Da fackel ich nicht lange. Alter, was ist denn das für ein Zeugs hier? Mit dem ganzen Schwarzlicht und so. Isaac, ich bin's. Hör dich doch nur mit dir reden. Es tut mir das so leid. Es tut mir leid, ich wünschte. Ich könnte überhaupt mit jemandem reden. Hier bricht alles auseinander. Ich kann nicht glauben, was vor sich geht. Hey John, so ein kleines Ding. Schlussendlich läuft es auf eine kleine Sache hinaus. Ich wollte dich wirklich wiedersehen. Nur noch einmal. Ich habe dich gelebt. Ich habe dich ja gelebt. Gelebt! Okay, jetzt killt die sich. Aber das ist auch der Raum, wo ich dieses eine Viech da damals bekämpfen musste. Alter, ist das kranke Scheiße. Ne, mein Freund. Nicht mit mir. Nicht mit Papa Schlumpf. Ich lasse so nicht mit mir umgehen. Aha. Warum ist das jetzt dunkel hier drin? Tja, soll mir egal sein. Das könnte natürlich auch gefährlich sein, wenn mir jetzt direkt vor der Fresse einer erscheint. Dann baller ich dem das Ding verschreckt direkt ins Gesicht. Aber das Ding hier ist das stärkste, was ich habe. Deswegen brauche ich das jetzt. Weil ich finde das ziemlich gruselig hier. Ist der jetzt von mir abgehauen? Alter. Ah, da oben ist er rein. Okay. Was auch immer das gewesen ist. So, wenn deswegen was kommt denn ist, sofort treffen. Alter Schwede. Alter, was geht denn hier ab, ey. Da kommt jetzt wieder einer raus. Das kämen wir ja zu Genüge. Na klar. Zeig dich. Dann nicht. Was? Wo? Und ich habe davon Munition verkauft. Wieso habe ich den nicht schon eher benutzt. Ist auch voll geil, das Teil. Tja. Das ist aber unlogisch. Das ist unlogisch. Da kam damals einer rausgesprungen. Und tschüss. Hahahaha. Wat ein Spacken. Na komm. Alter, die sind so verdammt schnell, die Teile, ey. Das ist der Wahnsinn. Ja, komm. Verzieh dich, Junge. Nein, ich will nicht wieder hochfahren. Am Arsch. Ah. Oh, der hat keinen Kopf mehr. Ah. Aua. Jetzt reicht es mir. Jetzt geht der Granatwaffer an den Start. Ah. 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 Cool. Cool. Schieß! Ah! Alter, geht die dicke Party ab, oder was? Ja, genau! Alter! Und ich habe mich am Anfang noch beschwert, dass es keine Gegner gibt. Aber ich soll jetzt mal wieder ein bisschen mehr Starseinsetzen. Habe ich irgendwie wieder vernachlässigt. Hä? Läuft? Okay, hier ist ja gar nichts, wo ich da reintun kann, oder? Nee, irgendwie nicht. Ah! Guck mal an! Ja, möchte ich! Mach auf, das Ding! Oh! Habe ich denn noch genug Platz im Inventar? Ja! Sehr schön! Lass mal schön alles einsammeln. Oh, Bronze! Ein Bronze-Halbleiter! Was soll das? Kleine Medi-Packs. Ja, genau. Ja, und dann, dann auch noch so eine Scheiße! Alter, wie viele Medi-Packs ich habe! Ist ja noch irgendwas. Toll. Dafür habe ich jetzt einen Energieknoten verschwendet. Das ist ja wohl echt ein Witz. Wobei, andererseits habe ich dadurch jetzt mehrere Medi-Packs gekriegt. Plus ein Halbleiter Bronze. Also so gesehen hat es den Preis im Prinzip gerechtfertigt. Fand ich jetzt trotzdem nicht so, den Hammer, was da drin war. Du hättest euch in die Idee. Den vorbeschädigt. Du siehst ja die Ordnung in die Leitmalle gebracht. Einer von vielen Versuchten. Oder haben sie nicht zu eins von denen gemacht? Wann sich auf die Schuhe nach weiteren Opfern Blut verschmiert durch die Tänke? Klar tust du das. So ein Speicherpünktchen wäre jetzt nochmal nicht schlecht, finde ich. Ach! Ja, ich erinnere mich an diesen Raum. Oh ja. So. Ne, ne, nein. Verkaufen. Die kleinen Dinger kann ich jetzt mal verkaufen. So. Hab ich noch was zum... Ja, da Ripper-Kling. Die brauche ich auch nicht. 71.000, ey. Und kein anderer Anzug. Was soll das? Wollte mich doch verarschen. Hm. 55 Schuss. Na. Da, speichern. Speichern ist fein. Ist hier sitzt noch irgendwas? Oh Gott. So. Können wir noch irgendwas übersehen? Nein. Muni-Technisch sind wir... Gar nicht mal so gut ausgerüstet, habe ich das Gefühl. 55 Schuss. Na, egal. Passt schon. Äh, hier lang war es. 1444. 17 damit. 55 hier mit. Na gut. Nein, jetzt habe ich mich selbst mit dem Weg versperrt. Eintritt Schwerelosigkeit. Eintritt Schwerelosigkeit. Schön, schön. Shop ist offline. Schön. Die Barriere ist auf dem Wind, der Preis ist weit. Du kannst dich bitten, die Verschweigen bringen nicht wahr. Die Erinnerung der Ereignisse des Tages sind in die Unverträgten. Seit dem Tag, an dem ich starte. Du machst mich nicht fertig. Wieso schiebst du mir die Schmerzen zu und erfreulich mir enorm in die Schuhe? Es geht nicht um den Machthaushalt. Es geht um dich. Ja, Mann. Es geht um mich. Hm. Was? Wo? Ich habe doch gerade ein Viech gehört. Hä? Unter mir? Nee. Ach, da oben. Nach dessen entledigen wir uns mal relativ schnell. Aufgepasst. LOL. LOL. Ich habe doch schon wieder eins gehört. Hä? Meine Güte. Alter, was willst du denn? Was ist denn da oben? Juhu! Na, da gehe ich nur. Ja, wenn du mir mal sagen würdest, wo du bist, dann könnte ich dich auch angreifen. Ach, weil sonst lecken mir die Nüsse. Da! Oh, jetzt geht's los. Ey! Ey! Das sind doch noch mehr von euch Spacken. Was? Was? Noch mehr? Oh, Mann, ey. Immer diese Anrufe. Das gibt's doch gar nicht. Nervig. Wo muss ich denn jetzt lang? Ach, da rein. So läuft das hier. Ja. Ja. Ja.